Wir haben ein Gästebuch auf unserer Website und es ist erstaunlich, wie viele Leute immer nach den Auftritten zu uns kommen und sagen, wie gut es ihnen gefallen hat und wie wenig im Vergleich dazu in dieses Gästebuch reinschreiben. Deswegen die inständige Bitte an euch. Schaut einfach mal auf die Website, insbesondere aufs Gästebuch und schreibt da irgendwas. Ja, wie ihr wollt. Irgendwas Großartiges hier rein. Ja. Also gefällt mir. Das ist only Unterbruch. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie geht es euch? Ist es euch auch so heiß? Ja. Also, bitte. Kittel ausziehen. Nee, nee, nee. Im nächsten Lied geht es um Literaturvertonung. Das klingt auf den ersten Blick relativ dröge. Das haue ich jetzt. Auch so? Wir wünschen euch viel Spaß bei 3 Minuten. Ja, gerne. Ich sage selber, wie ihr es händet. Schreib es jetzt gestern vor. Nee, das ist falsch. Nee, gibst du nicht. Ja, dann habe ich gegeben. Ja, dann habe ich gegeben. Ein Wehrwolf, ein Wehrwolf eines Nachts entwegt, von Weib und Kind und sich begab. An eines Dorfschulmeisters Grab und sprach, bitte, 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 beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf, der Dorfschulmeister stieg hinauf, auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Wehrwolf, der Wehrwolf, der Wehrwolf, der Wehrwolf, der Wehrwolf, sprach den guten Mann des Westwolfs, genitiv, sodann dem Wehenwolf. Der Wehrwolf, der Wehrwolf, der Wehrwolf, der Wehrwolf, damit hat's ein End, damit hat's ein End. Dem Wehrwolf schmeichelten die Fälle, er rollte seine Augenbälle, in dessen spart er Füge doch auch noch zu der Einzahl, auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber musste gestehen, dass er von ihr gar nichts wusste. Zwar Wölfe gäb's in großer Scham, doch wer gäb's nur im Singular. Der Wehrwolf, der, 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 der Wehrwolf, der Wehrwolf, sprach den guten Mann des Westwolfs, genitiv, sodann dem Wehenwolf, da hat die Wiemanns nennt, dem Wehenwolf, damit hat's ein End, damit hat's ein End. Der Wolf erhob sich tränenblind, er hatte ja noch Bein und auch ein Kind, doch da er kein Gewährter eben, so schied er dankend und vergeben. Der Wehrwolf, der, der Wehrwolf, sprach den guten Mann des Westwolfs, genitiv, sodann dem Wehenwolf, da hat die Wiemanns nennt, dem Wehenwolf, damit hat's ein End. Der Wehwolf, der, 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 der Wehenwolf, sprach den guten Mann des Westwolfs, genitiv, sodann dem Wehenwolf, da hat die Wiemanns nennt, dem Wehenwolf, damit hat's ein End. Aus!